Freunde, eine spannende Geschichte. Ein kleines bisschen habe ich auch Angst, aber die Sache ist die, es wird sehr, sehr spannend. Und Sekunden, sechseinhalb Stunden im Auto gesessen, ihr Mann sitzt hier auf der Couch. Das heißt, ich muss mindestens mal zwei Leute heute glücklich machen. Die Haare ist blondiert, vor einem Jahr das letzte Mal. Und die Haare fassen sich gut an, aber nichtsdestotrotz ist es ein Risiko. Und ich habe jetzt gerade zu ihr gesagt, nicht sie und nicht ich entscheidet, wie das Ergebnis anschließend wird, sondern das entscheiden die Haare. Die flüstern mir sozusagen später zu beim Probewickeln, ja geht noch ein bisschen oder Feierabend schnell fixieren, das Zeug muss wieder runter. Also wie gesagt, das ist der Ritt auf der Rasierklinge. Ihr leitet mit. Viel Spaß dabei. Los geht's. So, ihr Lieben, bevor ihr jetzt das Endergebnis seht, müsst ihr Folgendes wissen. Und da übertreibe ich nicht. 99% aller Friseure und Friseurinnen rennen schreiend weg, wenn eine Kundin mit 80 cm langen, blondierten Haaren kommt und sagt, sie hätte gern eine Dauerwelle. Wir rennen nicht weg, aber wir wissen auch, was es für uns bedeutet, nämlich ein Risiko, dass es klappt oder nicht klappt. Wie gesagt, 80 cm lang, blondiert. Und jetzt dürft ihr mal schauen, wie es aussieht. Die sind noch nicht trocken, wir lassen den Rest bewusst Luft trocknen. Sie selbst hat es noch nicht gesehen. Das Telefon hat uns schon so oft die Schlussszene versaut. Wir lassen es jetzt weiterlaufen. Egal, sei dir soweit. Bist du soweit? Ja. Okay. Aber übrigens, wir dürfen sie mit dem Gesicht nicht zeigen. Dafür bitte ich um Verständnis. Gut. Dann machen wir das mal weg. Jetzt nimmst du den kleinen Spiegel und schaust über den kleinen Spiegel in den großen und sagst mal laut, wie du es findest. Ach, der Wahnsinn. Bist du, Herr Behn? Mega schön. Sehr schön. Und jetzt machen wir bitte einen Gefallen, weil es geht jetzt auch um die Struktur. Die sind ja blondiert. Du weißt ja, wie sie sich vorher angefasst haben. Haben wir die jetzt versaut? Greif mal rein. Überhaupt nicht. Garten. Fassen Sie sich gut an? Ja. Sehr voll. Ja. Und für diejenigen unter euch, die jetzt da mit Raymond Noodles drunter kommentieren wollen, könnt ihr euch gleich schenken. Die Sache ist die, das ist ein perfektes Ergebnis. Das kann man nicht besser machen. Danke für dein Vertrauen. Danke für euer Interesse. Gerne bis zum nächsten Video. Und tschüss. Genau. Ich hoffe, man sieht mich. Ich möchte euch einmal kurz noch unsere Produkte vorstellen, unsere Lockenprodukte und alles das weiter Schöneres, was wir hier so zu bieten haben in unserem Online-Shop. Den findet ihr auf unserer Webseite www.jörgmengelfriseure.de. Genau. Los geht's natürlich. Pflegelocken mit unserer Lockenserie. Wir haben hier einmal Pflegeprodukte und auch Styling-Produkte. Pflegeprodukte fange ich an mit unserer 2-Phasen-Sprühkur. Das ist eine Feuchtigkeitspflege, die du ganz einfach schüttelst, in die Haare rein spürst, egal ob trocken oder nass. Spendet sehr, sehr schöne Feuchtigkeit und muss man eben nicht mehr ausspülen. Deswegen ist sie super einfach im Handling. Natürlich passend dazu haben wir unser Lockenshampoo und auch für die extra Lockenpflege unsere Haarmaske. Die einfach jede zweite bis dritte Haarwäsche in die Haare einmassieren, nähen lassen, ein paar Minuten einwirken lassen, ausspülen und alles ist wieder wunderschön. Genau. Das sind einmal unsere Pflegeprodukte der Lockenreihe. Weiter geht natürlich mit unserem Styling, denn das darf bei schönen Locken natürlich nicht fehlen. Wir haben einmal unseren Schaumfestiger, unser Styling-House. Das sorgt einfach dafür, dass die Lockenspitzen so richtig schön gebündelt bleiben und nicht so auseinanderspreizen. Deswegen auch super, super schön, auch um die Locken zu halten. Für das gewisse Extra kann ich euch nur unser Styling-Fluid empfehlen. Das ist von der Konsistenz her eher wie so eine Art Gel, ist aber auch zum Spülen, wie ihr sehen könnt, mit dem Sprühkopf. Deswegen müsst ihr euch die Hände nicht schmutzig machen. Lieben wir. Knallt ihr euch einfach rein, gebt einen richtig, richtig schönen Glanz und nochmal einen Extra-Extra-Halt. Also gerade jetzt, wo das Wetter wieder schlechter wird, kann ich es wirklich nur ans Herz legen. Dann geht es einmal weiter mit unserer Repair-Reihe. Für alle Mädchen, die vielleicht keine Locken haben, aber deren Haare doch etwas mehr Pflege benötigen, kann ich euch nur unsere Repair-Reihe empfehlen. Da haben wir einmal wieder unsere 2-Phasen-Sprühkur und unser Shampoo. Die sind beide mit Shampoo angereichert, genau, mit Arganil angereichert. Und deswegen wirklich die perfekte Pflege für etwas beanspruchsere Haare. Weiter geht es mit unserer Volumen-Serie. Alle Mädels, die sich ein bisschen mehr Volumen wünschen, wo es ja ein bisschen mehr sein darf, kann ich euch unsere Volumen-Reihe empfehlen. Wir haben hier einmal wieder unser Shampoo und unsere 2-Phasen-Sprühkur. Die sind beide mit Bambusextrakt und die riechen auch wirklich unfassbar. Wirklich. Bitte holt es euch allein schon wegen dem Produkt. Okay. Für alle unsere Farbmädels, da war die Anfrage auch sehr, sehr hoch, haben wir unsere 2-Phasen-Sprühkur jetzt auch in der Colour-Serie. Da kommt das Shampoo auch noch dazu, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das ist noch nicht da. Aber es kommt, glaube ich. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Genau. Die sind eben für gewärbte Haare. Versiegeln die Pigmente nochmal. Heißt, eure Farbe bleibt einfach länger drin und sieht länger schön aus. Daher für alle Farbmädels. Trust me. Trust me. Wirklich. Ja, das ist, was ich euch hier so zeigen kann. Wir haben natürlich auch noch weitere Produkte in unserem Online-Shop, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Zum Beispiel unsere Bürste, unsere Wunderwaffe für alle Typen von Haaren. Also auch, wenn ihr sehr lockige Haare habt, Dauerwelle oder Natur, ist egal. Diese Bürste ist ein Game-Changer. Ihr kommt damit so gut durch, ohne dass ihr euch die Haare ausreißt oder es super, super weht. Und deswegen auch sehr, sehr gut geeignet für Kinder, weil ihr damit wirklich so schön durchkommt. Ich zeig's euch kurz. Da gibt es auch in sehr, sehr vielen schönen Farben. Aber schaut euch das an. Die ist so, so, so schön flexibel und deswegen kommt man da wirklich durch alles durch. Ich wünsche euch jetzt mal super an. Genau. Das und noch weitere Produkte und super cooleren findet ihr auch unser Merch zum Beispiel. Merch ist auch unbedingt sehenswert. Schaut da wirklich unbedingt vorbei. Findet ihr alles bei uns im Onlineshop, wie gesagt, auf unserer Webseite www.jörgmenkphysiara.de. Den Link findet ihr auch in unserer Instagram-Bio. Falls ihr zu voll seid, das alles einzugeben will, kommt ihr direkt drauf. Genau. Werbung endet. Tschüss.